hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video ich hoffe es geht euch allen gut jetzt ist der schnee geschmolzen dafür sind die stürme da dann kommt dazu dass in köln eine brücke gesperrt wurde die bahn streiken also man verbringt gerade wieder sehr sehr viel zeit im auto ist ja zwangsläufig auch nicht so schlecht man hat mal wieder zeit sich ein paar podcast anzuhören aber darum geht es heute gar nicht wir reden heute über deine flex und die audiophilen unter euch ja ihr müsst jetzt ein bisschen stark sein wurde euch ein kaltgetränk halt wenn es ganz schlimm wird haltet die hand von jemandem und dann schaffen wir das zusammen ich habe vor ein paar tagen ein interview gemacht mit david frankl von innergrove records und zum ende des interviews haben wir uns über gewichte von schallplatten unterhalten haben die einfluss auf den klang und da ist auch das thema deine flex aufgetaucht und einige von euch haben mich angeschrieben gefragt deine flex was ist denn das was macht das mit mir und meine schallplatte wo kann ich es gegebenenfalls kaufen deswegen reden wir heute ein bisschen über deine flex deine flex ist ein produkt was im jahren 1969 von rca eingeführt wurde also eher zum ende des jahres 1969 mit viel tamtam ich zeige euch jetzt hier auch mal so ein bisschen den ja das gab es in den innenhöhlen von den platten so ein bisschen die die werbung von deine flex und die besagte halt ist es einfach die schallplatte von morgen die du heute schon in den händen halten kannst du hast weniger probleme mit den schallplatten weniger tics weniger pops sie welt sich nicht so schnell also alles in allem ist das eigentlich die bessere schallplatte tja da ist ja mit der werbung so immer so ein ding ja ich mache das immer gerne an der müsli packung fest ihr kauft euch eine müsli packung geht nach hause macht ihr auf und sagen wir mal mittlerweile 60 bis 70 prozent der packung ist luft was sagt das marketing euch naja es ist eine neue rezeptur mit viel besseren inhaltsstoffen und wir brauchen den sauerstoff in diesen verpackungen deswegen sind ja auch von außen so groß aus damit sich die aromen wesentlich besser entfalten können na klar also ich bezahle das gleiche habe weniger aber dafür habe ich eine viel bessere rezeptur mit viel besseren inhaltsstoffen und bei deiner flex ist das meiner meinung nach das gleiche damals hatte die schallplattenindustrie ein problem die nachfrage an schallplatten ist jedes jahr exponentiell gestiegen und naja du willst ja auch irgendwie als unternehmen so ein bisschen kosten sparen also was hat man seinerzeit schon gemacht man hat rückläufer bekommen aus verschiedensten gründen man hatte ja auch mal pressungen die im presswerk dann lagen und nichts waren und was hat man gemacht man hat die gesammelt wurde eine tonne geschmissen und dann hat sich einer vor eine maschine gesetzt und diesen teil wo das label drauf ist raus gestanzt und der rest wurde dann wieder eingeschmolzen es werden einige von euch sagen naja was ist wenn der das label nicht richtig getroffen hat in so einem werk gibt es viel staub richtig der wurde mit eingeschmolzen das heißt es gab durchaus leute die sind platten lang gegangen haben sich eine platte gehofft legen sie zu hause auf und sehen die habe ich aber so einen kleinen ach das ist ein papier fetzen der ist damit reingepresst das sind dann teilweise so diese hartnäckigen kleinen weißen knubbel die ja auch mit dem größten kärcherreiniger nicht weggeblasen bekommt macht es bitte nicht die haben ja nicht weg geblasen das ist eingepresstes papier großartig so und da hat man sich gedacht naja gut man muss den leuten ja so ein bisschen auch sagen das ist besser weil für die die ein bisschen mehr nachfragen und sagt naja gut wir machen dann virgin beine das heißt wir nehmen frisches vinyl und dadurch habt ihr eine bessere klangqualität das was da vorher war mit dem papier und dem gedöns habt ihr ja dann alles nicht und es ist einfach super 1971 hat man dann das in betrieb genommen das ganze ding und naja was soll ich euch sagen ich habe hier mal so mit einer flex laut einem billboard artikel aus dem jahr 1971 den ich euch auch einblenden werde das mache ich zum schluss dann könnt ihr ihn euch in ruhe angucken soll das ding 90 gramm wiegen so dass eine deiner flex von 1971 ich denke immer wenn du in die opa gehst und hast da vielleicht leute um dich die du nicht magst und dem mal so richtig den abend vermiesen willst sagte ich hole keinen fächer ich habe eine deine flex und die funktioniert ganz großartig und in stillen passagen der opa macht ja nach so war also dieses ding laut artikel sollen die 90 gramm wiegen ich habe sie abgewogen die kommt gerade mal auf 80 mir ist das jetzt schon immer wieder wenn ich die höre fast passiert dass sie mir aus der hand flutscht weil das ist wirklich nichts was du hier in der hand hält es ist wirklich nichts so jetzt haben sie ja damit geworben ich habe ja einen viel besseren klang und die schallplatte von morgen und bla 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 so wundert man sich naja warum sind denn die anderen da nicht drauf aufgestiegen wenn das so geil ist weil es vielleicht doch nicht so geil ist also ich habe diverse elvis platten also an denen mangels in diesem haushalt nicht die sind alle oder viele davon sind deine flex ich habe aber auch dann die deutsche pressung als in anführungszeichen richtige und ich habe mir dann zur vorbereitung auf dieses video mir die deine flex mal vorgeholt und habt ihr aufgelegt die beiden ich habe die aufgelegt und dachte naja gut vielleicht feste vorher noch mal die hat es ja jetzt noch mal länger nicht in gebrauch das wird vielleicht alles ändern ich lege die auf und ich will nicht sagen es war ein sandsturm mitnichten aber du hattest unfassbar viele störgeräusche viel hiss in in diesen sachen also das ist wenn du das mal so nebenbei bergen nebenbei hörst ist das kein thema aber wenn du sich wirklich da vor die boxen setzt ja ich weiß audiophile mit abstand natürlich messe das feuer aus ich mich hinsetze klar hörst du denkst du an die also dort ja aber irgendwie nicht dann habe ich die nächste die aufgelegt hat sich das gleiche phänomen gerade in den ruhigeren passagen war das nicht angenehm dann dachte ich mir ja gut ist nicht schlimm ich habe ja diese noch mal als deutsche und habe die aufgelegt und ich hatte diese hintergrundgeräusche nicht das ist eine ganz saubere pressung was ich aber an der stelle sagen muss die abmischung werden jetzt nur mal von der abmischung finde ich auf der amerikanischen besser was was hier gemacht wurde ist es ist sehr es ist sehr weich man hat viele sachen auch so zusammen gemischt das heißt du hast nicht immer so hundertprozentig die separierung von von den instrumenten ich habe mir extra auf dem lied spanish ice ausgesucht ich liebe spanish ice in jeder variante und habe dann jetzt noch mal sonst spanish ice marathon gemacht und gerade wenn die gitarre einsetzt da gibt es ein schönes gitarren solo drin da ist die deiner flex ist die abmischung achtung die abmischung besser gemacht als auf der deutschen das ist mir ein bisschen zu weich ist mir nicht klar genug an vielen sachen aber von der qualität der wiedergabe ist die deutsche um meilen besser als die deine flex dann das schmeckt ja gut gehen wir doch mal wie sollen wir mal in den keller durch forsten wir mal die klassik sammlung eines vaters habe alle sachen rausgesucht er sortiert hat das immer nach label sortiert das kam mir sehr entgegen und habe vergeblich nach einer deiner flex gesucht habe ich ihn gefragt also ich warum hast du dir denn damals keine deine flex gekauft da sagt er das habe ich die habe ich aber alle wieder zurückgegeben weil ich mit dem klang nicht zufrieden war dann das mehr gut geht das denn jetzt für alle dann bin ich wieder in dem plattenschrank habe mir wieder meine rca platten rausgesucht und dieses wabbel beispiel was ich euch heute also eben schon mal gezeigt habt die schwells ich werde über die mein video machen fantastisch interessante gruppe genau dann gibt es auch noch das thema bei der gibt es auch noch den diner groove dazu mache ich mal ein separates video das ist auch eine faszinierende entwicklung von rca gewesen haben sie noch den schliff des diamanten berücksichtigt wie der d also das diner groove was rca da gemacht hat ist unfassbar faszinierend aber das machen wir mal anders auf jeden fall habe ich mir dann diese deine flex angehört und die klang super ich hatte keine nebengeräusche ich hatte kein hiss ich hatte kein gar nichts also gehe ich mal davon aus wir sollten jetzt deine flex nicht unter generalverdacht stellen sondern ich bin der meinung es wird gute deine flex pressungen geben und schlechte deine deine flex pressung deswegen meine empfehlung hört es euch immer an geht in den plattenladen wenn ihr eine deiner flex habt hört es euch immer an was ich aus meiner erfahrung sagen kann ich hatte noch nie eine wellige deiner flex das tatsächlich nicht ist aber an der stelle auch nicht auszuschließen dass irgendwann meine wellige deiner flex gibt ja hört es euch an guckt immer dass die nadel entsprechend sauber ist manchmal bin ich schockiert wenn ich in die plattenläden gehe und sehen die nadeln wo so ganze kinder diese swiffer werbung mit diesen riesigen staubbrocken die hängen dann da dran und dann holt man sich schnell ein bürstchen und dann macht man das sauber was ist denn jetzt aus deiner flex geworden denn was man auch berücksichtigen muss rca hat niemals gesagt und da werden die auch ihre gründe für gehabt haben wir stellen unsere produktion weil dieses verfahren so geil ist es macht zwar kein anderer das ist auch meistens ist wenn man vorreiter ist ja auch super wir stellen das nicht komplett um obwohl wir da eine menge geld sparen sondern die haben immer auch parallel dazu die alben in normalem gewicht verkauft ohne deiner flex so meiner meinung nach ist das immer so wenn eine idee ein verfahren gut ist dann wird sich das irgendwann mal etablieren gutes beispiel zum beispiel ist der rollkoffer der rollkoffer ist 1973 erfunden worden also ich habe in den 70ern und den 80ern selten menschen mit diesen koffern gesehen die hat sich zu dieser zeit nicht durchgesetzt weil die leute gesagt haben ich habe hier meinen teuren leder koffer und da kommen jetzt bestimmt nicht irgendwelche plastik rollen drunter die 20 kilo trage ich lieber selbst heute ist das ja so du gehst in den laden und fragst ich hätte gerne einen koffer dann fragen die gar nicht mehr willst du ein rollkoffer oder nicht sondern die fragen nur 468 rollen soll er selber fahren ja deswegen das wird sich wird sich dann durchsetzen bei deiner flex glaube ich das nicht sondern die tendenz geht ja eher sogar dahin dass man sagt jetzt 200 gramm ja also du hast ja teilweise richtige trümmer in der hand ja die sind auch und ich habe da auch mit einigen leuten gesprochen aus dem presswerk klanglich macht das jetzt nicht den wahnsinns unterschied wenn überhaupt ob die jetzt eine dickere oder eine dünnere pressung also zwischen 140 und 200 gramm hast es ist aber an der stelle so diese platten sind einfach robuster auch ein argument von deiner flex war halt im transport sind nicht so viele zerbrochen weil die da einfach ein bisschen spiel hatten an der platte ja das schon aber die sind halt einfach tatsächlich vom handling robuster und ich habe es ja selbst in der hand ich bin dann immer so ja bloß keine gin tonic vorher trinken geht gar nicht deswegen war das so aber was ist jetzt aus deiner flex geworden deiner flex wurde um 1978 79 eingestellt und zwar ganz still und leise weil die leute dann irgendwann gesagt hat pass auf ich habe das gefühl dass ihr mir quasi weniger produkt für das gleiche geld verkauft plus dass das jetzt auch sound technisch für mich jetzt auch nicht so großartig ist wie gesagt die praxis zeigt ja es gibt dort gute und schlechte pressung und wenn ihr irgendwo eine deiner flex seht auch die audio fehlen unter euch lauft nicht schreiend davon dass man eine staubwolke hinter euch sieht ich würde empfehlen platten laden aufzulegen zu testen weil wie gesagt noch mal die scherelles die klingen einfach top das ist ein hörgenuss von anfang bis zum ende trotz dass es eine deiner flex ist es würden einige sagen vielleicht weil es wegen einer deiner flex so ist ich habe jetzt keine andere version von der gefunden also eine normale pressung aber ich bin mir sicher die normale pressung wird dann wenn du dann pech hast hast du dann da eine die irgendein thema hat immer ausprobieren testen und wenn das sound technisch für euch passt und auch budget technisch die deiner flex also gerade diese elvis deiner flex die 70er jahre kriegst du für ein fünfer ist das gar kein gar kein weltuntergang aber ganz wichtig meine empfehlung immer 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 wenn ihr wenn ich im plattenladen bin und ich finde dann so ein stapel von hoffentlich manchmal nur zehn was ich immer mache ist ich gucke mir die an ich gucke mir die vorderseite an ich gucke mir die rückseite an wenn das schon völlig zerkratzt ist oder da ein tiefer kratzer drin ist du kannst du mit dem finger fühlen dann bringe ich die wieder zurück ich höre sie mir gar nicht erst an wenn das aber soweit passt ich gehe immer und höre mir immer eins zwei tracks dieser platten an auf beiden seiten gehe ich immer zu dem schallplatten spieler der im laden ist jeder gute schallplatten dann wird eine sicherheit haben ganz ganz sicher guckt dass die nadel an der stelle sauber ist weil nicht das ding hört und ihr habt ja die staubbrocken dran von jahrzehnten an hörproben dass ihr denkt das ist ja jede pressung scheiße sondern dann einfach darauf achten wie ist das und dann kann man sich die in ruhe anhören also ich würde deiner flex nicht verteufeln es gibt wie bei der normalen pressung gute und schlechte das war das wort zum freitag wenn ihr dieses video seht ich hoffe ihr habt ein schönes wochenende genießt die zeit mit euren platten mit eurer familie vielleicht jetzt nicht in der reihenfolge und dann hören wir uns bestimmt sehr bald wieder ich danke euch sehr ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.